Alle auf den Boden. Polizei hier, schon tot? Hoffe ich doch mal. Ja, alle tot. Die knacken da hinten ins Schloss? Wow, da hinten ist das Aurengeschäft. Heißt nicht umsonst vier Läden. Immer schön auf den Boden. Ich renne mal rüber. Guck mal, was da ist. Boah, besser reingehen. Will nicht unnötig down gehen. Safe hier, safe da. Tatüt oder da. Ja, das ist besser. Immer schön zulassen, weil es ist ziemlich hell. Yeah, Headshot. Oh mein Gott, Payday 2 ist wirklich super. Okay, ich hoffe, ich habe keinen erwischt. Ich habe so lange nicht mit einer Schalke dämpfen gespielt. Ich finde das richtig genial im Moment. Deshalb bleibe ich auch erstmal dabei. Na, erstmal randalieren. Wir sind hier wahrscheinlich in so einem komischen Starbucks. Jetzt hier natürlich Timeout. Hier gibt es Kaffee, Kuchen, Plätzchen und irgendwelche Kranken, die versuchen, hier ein Safe zu knacken. Warum stellt man ein Safe so offensichtlich hier vorne hin? No fucking idea. Shoot and scoot! Oh shit. Oh shit, ich muss die Waffe wechseln. Wow. Ich bleibe lieber unten. Ja, die hatten schon recht. Ich brauche wirklich diese ballistische, schwere Weste. Schon unterwegs. Kleber an euch. Hm, alle schön bequem aufstellen. Das Schloss wird geknackt. Wunder mich, was diese Säge da einfach ist. Warum steht da nicht so ein Fuchs für Tür eintreten? Klappt vielleicht zu 80%. Fuck, ey. Halten wir die mal besser runter. Move, move, move! Und drin. Das ging auch wieder super schnell. Eines Verbrechens schuldig. Level 10. Ich find's mega genial. Das ist ein good job! 22.000. Risiko zuschlag. Oh. Level 10. Fast Level 12. Nicht mehr lange. Nehmen wir die Karte ganz außen. Ach. Kobalt blau und marineblau. Das ist auch nicht schlecht. Damit kann ich leben. Okay. Ich bin grad nicht so zufrieden so mit meiner Waffe. Aber dieses Ding sollte absolut genial werden. Ist zwar arschteuer, aber da sparen wir jetzt erstmal drauf hin. Okay. Die ballistische Weste kann ich mir noch nicht leisten. Vielleicht checken wir mal die Maske. Nehmen wir eine von denen. Maske vielleicht mal anpassen. Material ist mir egal. Muster. Wenn du so ein beschissenes. Farbe. Ich brauch ehrlich gesagt noch eine andere Maske. Ist ja nur der Schädel. Es gibt ja noch verschiedene andere Masken. Leerer Maskenslot. Keine leider da. Okay. Ausrüstung. Sekundär. Fertigkeiten. Nochmal eben gucken. Ich hab nämlich noch eine Menge Punkte. Einfach kaufen. Mit dem Einsatz der Munitionstasche kannst du mehrere Sekunden abfahren. Oh. Das ist eine gute Sache, finde ich. Das holen wir uns. Jupp. Das holen wir uns auch. Tragen von Taschen schnell bewegen. Wo stehen eigentlich meine Punkte? Da unten in der Ecke. Ich hab noch so viele. Wow. Das kann ich auch noch. Okay, alles klar. Okay. Ich schau nochmal eben ganz schnell nach. Sekundär. Nicht auf Lager. Auf die Größe kommt es an. Monolith. Ja. Ich werde komplett auf Overkill skillen. Richtig alle Niedermann. Einfach alle Niedermann. Ich find das genial. So muss das sein. Diese kranken Clownsmasken. Ich hoffe, ich krieg da noch eine richtig kranke Maske. So eine richtig abgefuckte. Einfach abgefuckt und krank muss die Maske sein. Mehr nicht. Das reicht für mich schon. Die muss so richtig. Eraufstechen. Dann geht's richtig ab. Aber richtig. Alle Aufträge gehen so wahnsinnig schnell. Heute geht das so zack, 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 zack. Und fertig. Okay. Diesmal haben wir zwei Tage Hector Wachhunde. Don't lose that Coke. Ich glaub, die Mission hatten wir letztens. Yeah. Ich nenne mir erstmal so ne Tasche auf. Ich kann mich hier jetzt schneller bewegen. Das wird lustig. Das wird mir aber schwierig. Ich bleib ein bisschen weiter hinten, natürlich. Oh, willkommen, Maus. Zeitlupe wäre ja lustig oder so. Oh, shit. Ich bleib mich um euch, um euch, um euch, um euch. Und weg hier. Okay, wo schmeißt ihr die Dinger hin? Weiter hier in den Raum? Bin hier mit einem verstanden. Die werfen die da hin. Ich bewegte hier in den Raum. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will mich hier nicht unbedingt treffen lassen. Einfach rein. Tschö, tschö. Okay. Müssen die sogar noch in den Raum weitertragen. Nett, nett, nett. Give them hell. Kennen wir die alle. Drauf. Mmh. Hey, the pickup car is coming in two minutes. So you just have to find a little more. Just a little more. What the hell from wo? Find some cover. Okay, das Ding ist laufen. Fang auch schon an zu tragen. Direkt mithelfen. Hoffentlich werfe ich nicht die anderen daneben. Ich glaube, ich lasse mal die anderen werfen. Das letzte Mal habe ich schon mal daneben geschmissen. Und brauche die Kohle. Ehrlich gesagt brauche ich die Kohle. Denn da ist doch so einiges, was ich mir kaufen will. Waffen. Und vor allen Dingen Masken. Shoot and shoot and lead. Verreck. Einfach mal ganz trocken. Verreck. Da hat jemand seinen Helm niedergelegt. Wee. 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 Ja, hoffe ich. Boah, voll von den Beinen gefickt. Oh, die AK ist schon toll. Die streut nicht so heftig wie die Waffe davor. Und die machen mir einen Schaden. Auffälligkeit hin oder her. Schwachsinn. Tango. Oh ja. Zur Munition sage ich nie nein. What the fuck? Check das mal einen schönen Headshot. Verstecken sich da unten. Meine Fresse. Die trifft man wirklich kaum. Okay. Was ist der Typ? Oh. Nee, ne? Wie mies das ist. Normalerweise kommt der da durchs Fenster. Haben die auch alle gedacht, glaube ich. Okay, das muss jetzt eine richtig schöne Kette geben. Hier ist Timo ja gar nicht gesagt. Hey, damit. Schmeißen die alle da runter. Toll. Ein Wurf muss natürlich irgendwo hängen bleiben. Okay, liegt hier noch eine Tasche, liegt hier noch eine Tasche? Nope. Ei, 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 ei. Okay, dann ist die eine. We need at least three more. Ich schmeiß' auch schon mal da hin. Ich schmeiß' auch schon mal da hin. Und one more back. Nehm' alle mit. Oh oh. Oh oh. Nicht unbedingt saugen gehen. Ich versuch' die Tasche da hochzuschmeißen. Holy shit. Okay, wir haben alle Taschen. Wir haben alle Taschen. Wir werden die da noch mal hinwerfen. Wir werden nichts daneben schmeißen. Nice. Jetzt müssen wir schnell sein. Jetzt sind wir jetzt ja auch schon verreckt. Holy shit. Oh fuck. Da ist er. Move, move, move. Ich steh' direkt daneben. Jawoll. Holy shit. Mit quietschenden Reifen raus. Meine Fresse. Uuuuh. So viel Kohle. Echt super. Ist wirklich absolut genial. Ich bin total begeistert. Total. Nimm' überhaupt nicht ab. Wenn man so gezogen wird durch die Level, dann... Ich weiß's nicht. Dann kommt man schnell an das Equip und... Ach, das Ganze macht einfach mehr Spaß. Was? Yep, yep, yep. Das wird der Boat Driver. Give him hell. Oh shit. Oh shit. Nix da. Liegen lassen. Der Boat Driver needs to know when he should come in. Look around in the warehouse for the floodlight switch. Alles klar. Wenn ihr euch noch an das letzte Mal erinnern könnt, hab ich das Boot... Beziehungsweise ich hab das Ding rübergeworfen, die Tasche. Und das Boot ist einfach weitergefahren. Hat gesagt, nope, passt nix mehr drauf. Ich hab genug. Tschüss. Deshalb möchte ich jetzt nicht unbedingt was werfen. Ist grad an der Stelle vielleicht ein bisschen mies. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Right now. Was ist das denn? Ziel auf eine... Okay. Ich nehm ja, glaub ich, die Maske mit ab. Okay, dann ist alles ein bisschen weitergeschmissen. Stay down. Stay down. Stay down.